Kennst du diese Fragen, die sich jeder mal gestellt haben sollte? Diese Fragen, die meistens mit Was wäre eigentlich, wenn anfangen? Eigentlich können mir diese Fragen ja völlig egal sein, solange sie keine Auswirkungen auf mein Leben haben, oder? Was wäre eigentlich, wenn die Bibel wirklich wahr wäre? Ja, ich meine wirklich dieses alte Buch, das uns meistens nur noch aus der Kirche bekannt ist. Dieses Buch, das extrem umstritten ist, das oft als unwahr hingestellt wird. Und das doch seit Jahrhunderten existiert und inhaltlich voll in unsere Zeit passt. Wenn die Bibel Recht hat, also die Wahrheit sagt, dann wäre es nicht sehr klug, sie in den Schrank zu stellen und dort verstauben zu lassen. Denn dann hat sie auch Auswirkungen auf mein Leben. Wenn die Bibel Recht hat, dann habe ich ein echtes Problem. Denn sie ist wie ein Spiegel, der uns ganz ungeschminkt die Wahrheit sagt. Sie sagt uns, wie wir sind, wie Gott ist und was er von uns erwartet. Zum Beispiel findet man in der Bibel Aussagen wie diese hier. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweg gesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Wenn wir jetzt unsere Komfortzone nicht verlassen möchten, dann könnten wir einfach sagen, okay, dann ist die Bibel eben nicht wahr. Aber mal im Ernst, das wäre schon ziemlich dumm, oder? Damit machen wir es uns ein bisschen zu leicht. Und vor allem vergessen wir die Konsequenzen, die diese Einstellung haben kann. Die Bibel ist aber auch das einzige religiöse Buch, das eine Lösung für unser Schuldproblem aufzeigt, das wir vor Gott haben. Wenn die Bibel recht hat, dann habe ich hier eine Lösung vor mir liegen, die mir Gott selbst gegeben hat. Jesus hat einmal gesagt, Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Von Anfang bis Ende zeigt die Bibel den Wunsch Gottes, eine Beziehung zu den Menschen zu haben. Und sie zeigt auch sein Vorgehen dabei, wie er diesen Plan mit den Menschen in die Tat umsetzt. Wenn du Interesse hast, bieten wir dir gerne an, mit dir zusammen in der Bibel diesen Plan herauszuarbeiten. Und dazu kannst du dich einfach per E-Mail bei uns melden. Lass doch mal einen Moment lang diesen Gedanken zu, dass die Bibel doch recht hat. Und dann überleg dir mal, was das für Auswirkungen auf dein Leben haben könnte. Vielen Dank, dass du dir den MyInput-Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram. an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017